Yo Leute, was läuft, was geht? GambleJoy ist zurück, eine neue Folge. Ja! Puh! Let's go, us. Nice. Jetzt ein Volles. Ein einziges, komm. Ein Vierer, nice. Ist ja auch 25, ne? Also ist hier jetzt kein Kindergarten. Verlängerung. Okay, Verlängerung wäre halt richtig gut, ne? Ja! Okay, ich glaube, der verlängert nicht. Ich hab's wieder geschafft, nice. Jetzt Verlängerung wäre insane. Aber der hat gut gezahlt. Leute, Leute. 4.050 hat er gezahlt. Auf 25. Ei, ei, ei. Was ein Brett schon wieder. Let's do it. Oh, nein. Geh rein, geh rein. Kopf, Kopf, Kopf. Mach'n Kopf, mach'n Kopf. Buch, Kopf. Kopf. Mach'n Kopf! Oh, wie spannend, Junge. Oh, wie spannend. Wie spannend. Oh, das wär's gewesen, hätte er den da oben reingeschäppert. Aber 5.000 Euro, Freunde, boah. Und das meine ich, wie spannend ist es. Oh, hätte der hier noch einen, oh, schön, boah, nochmal einen Scatter rein. Freispiele und 5 Köpfe. Geh doch mal rein. Ja, jetzt. 50 Euro, Leute. Nice. Davon jetzt mal 4 Stück. Verlängerung. Ja, das wär super wichtig. Nice. Drei Stück. Verlänger. Brauchen wir eine Verlängerung. Ja. Nice. Auf den Letzten. Das kann jetzt richtig eskalieren. Komm, nochmal 4er. 2 mal 2. Kommt schon. Oder mal richtig krank. Ein 5er. Nice. Nochmal ein 3er. Ist gut. Mal verlängerung. Mal verlängerung, wenn wir richtig krank. Okay, 2 davon. Einmal ein 4er von denen. Von einem. Von beiden. Ja, okay. Okay, nochmal 2er. Ja, war aber okay, ne? 50 Euro. 50 Euro fach. 4.450. Na gut, ich glaube, wir sind mit fast genau denselben. Ja, unten. Unten. Betrag heute in die Session gestartet. Und ich hoffe, ja, wir kommen rein. Come on. Auf den Fuffi. Schneller ging nicht. Geisteskrank. Auf 50 Euro und das Ass. Come on, Alter. Jetzt spielen wir uns richtig hoch. Komm. Let's go. Jetzt mal Verlängerung, Alter. Oft macht er ja gar nichts an. Aber komm, komm, komm. Jetzt mal heute Verlängerung. Ja. Auf 50 Euro. Ja. Ich hab's geschafft. Auf 50er macht er mir einen Vollwitz. Das ist doch einmal nur geisteskrank. Junge, ich bin eine Minute in dem Spiel. Verlänger noch. Komm. Ne. Aber er macht Vollwitz auf 50 Euro. Sage und schreibe 6.375. 70 Euro. Ich bin innerhalb von 2 Minuten hoch auf 20.000 Euro. Wer nicht wagt, der nichts gewinnt, ne? Und jetzt. Jetzt. Geh rein. Geh rein. Ja. 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 50 Euro fach. Was? Das sind 5 Dinger, ne? Ich hab's nicht gesehen. Weil da so viele Linien sind. Geil. Alter Verwalter. Und Freispiele. Mit K. Let's go. Freunde, wir sind zurück. Komm, jetzt mal Verlängerung. Ja, Mann. Ich dachte Vollwitz. Aber ein Vierer auch super. Nehmen wir. Verlänger, 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 Verlänger. Ja, ja, ja. Mach, mach, mach. Nein. Okay. Drei Spiele nicht gut. Aber 9.950 Euro wegen der vollen Reihe. Alter Verwalter. 10.000 Euro. Falls ihr auch mal zum wollt, checkt die Links in der Videobeschreibung. Vergesst nicht, Glücksspiel kann süchtig machen. Spielt bitte nur mit dem Geld, was ihr überhaupt habt. Haut rein und macht's gut. Euer Gamble Jury. Ciao. Ciao.